Also ich überlege jetzt mal, wie man so eine Ausstellung eröffnet, weil ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß, dass diese Ausstellung 0815 heißt, 0815, wie man ja hier im Ruhrgebiet sagt. Und 0815, das wisst ihr ja alle, ist so ein Begriff für, ne, ja, ist ja was Lapidares, genau, und was weiß ich. Und das ist es ja hier überhaupt nicht. Aber wir haben ja auch August 2015, also von daher eine einmalige Gelegenheit, eine Ausstellung mit diesem Namen zu betiteln. Und eine einmalige Gelegenheit für den Punky, worüber ich mich sehr, sehr freue, seine Sachen hier zu zeigen. Und in den nächsten Wochen auch noch zu zeigen, ganz vielen Leuten, weil das ja nicht immer so möglich ist in den Räumen, die er sonst inne hat. Und von daher finde ich das ganz toll. Was muss ich jetzt noch sagen? Ich weiß es nicht. Es wird also noch einige Veranstaltungen geben, da lege ich für euch alle so ein Zettelchen mit, wo die geblieben sind, weiß ich nicht. Ich habe es alle ausgedruckt. Da möchte ich euch dann auch alle irgendwie wiedersehen, weil ich mich freue, euch zu sehen dann. Und ansonsten, ja, viel Spaß. Vielen Dank.